Jelitz Cook wünscht sich, dass Jimmy zur Besinnung kommt. Jelitz Cook, 29, hofft, dass Jimmy Blue Ochsenknecht, 30, sein Verhalten ändert. Die Influencerin und der Schauspieler waren vor wenigen Jahren ein Paar. Kurz nach Bekanntgabe ihrer Beziehung wurde die Brünette auch schon schwanger. Noch vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter trennten sie sich aber wieder. Der Kontakt zwischen dem Gastronom und der kleinen Snoelani, 1, fällt in den vergangenen Monaten aber ziemlich dürftig aus. Wie Jelitz behauptet. Sie wünscht sich aber offenbar, dass sich das ändert. In einem Q&A auf Instagram schrieb ein Follower, dass er sich fürs nur wünscht, dass Jimmy zur Besinnung kommt. Dem stimmte Jelitz darauf hinzu, das wünsche ich mir innerlich auch sehr für sie. Aber ich gebe mein Bestes und alles, was in meiner Macht steht, damit sie immer glücklich und zufrieden sein wird. Das Weihnachtsfest wird Jimmy aber allem Anschein nach nicht mit seiner Tochter verbringen, zumindest fiel der Name des 30-Jährigen nicht. Als Jelitz von ihren und Snoelsklänen für die Weihnachtsfeiertage erzählte. Das Nh2017 Und das goggles